Als Ergänzung zum vorigen Video Sway als interaktives multimediales Lehrbuch im Rahmen des Digi4School in Action Projekts soll hier noch kurz präsentiert werden, wie die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe ihres Tablets die Lernfortschritte und Lernergebnisse dokumentieren. Seit letztem Schuljahr verwendet wird an der HAC-Steyer in einer Tabletklasse stiftbasierte Tablets verwendet. Jeder Schüler und jede Schülerin hat dort sein eigenes Tablet mit Stifteingabe und kann somit die eigenen Dinge dokumentieren und auch notieren. Als Beispiel sei hier exemplarisch die Dokumentation einer Schülerin angeführt, die eben dieses Sway zu den linearen Gleichungssystemen durchgearbeitet hat und mit Hilfe ihres Stift-Tablets die Ergebnisse wunderbar dokumentiert und auch aufgeschrieben hat. Hier sieht man auch noch die geforderten Screenshots und die jeweiligen Notizen. Das Ganze kann natürlich auch auf Papier erfolgen, aber um eine echte digitale Umgebung zu ermöglichen, bietet hier Microsoft OneNote sehr viele Szenarien und mit Hilfe von Tablets, die auf Stifteingabe reagieren und mit Stifteingabe versehen sind, kann man hier wirklich auch noch digital Dokumentationen bewerkstelligen.